Willkommen zu einem weiteren Vlog, ich bin's Jun und heute gibt es den ersten Vlog mit diesem Setup. Ich habe mir jetzt den Zürich Crane V2 geholt. Damit ihr mal seht, was überhaupt dabei ist, der Crane wird in einem richtig schönen Koffer geliefert. Wenn man den Koffer aufmacht, hat man hier erstmal eine Anleitung. Dann hat man hier zwei Akkus, ein Akkuladegerät, das Ladekabel und natürlich hier den Gimbal. Das hier muss man dann ranschrauben, man macht dann halt voll die Akkus rein. Ich habe mir noch eine Schnellwechselplatte gekauft, damit ich halt die Einstellungen beibehalten kann und ich jetzt nicht den Gimbal neu ausbalancieren muss oder so. Inner ein paar Wochen kommt der Doodle-Handle noch an. Hier ist die Steuerung des Gimbals, man kann den Gimbal auch noch mit einer App steuern, ich habe allerdings die App noch nicht ausprobiert. Damit würde ich auf jeden Fall jetzt so oft wie möglich vloggen und es ist ein komplett anderes Gefühl jetzt Leute, hier mit zu vloggen. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, der hat sich auch etwas verändert, hier ist jetzt Akustik-Schaum dran. Da habe ich schon ausgeschnitten, dass halt wie gesagt die YouTube-Pinu dann dranbleiben kann. Sieht einmal optisch ziemlich cool eigentlich aus und die Soundqualität soll damit vielleicht auch noch mal ein bisschen besser sein. Und ich habe jetzt eine neue Deckenlampe Leute. Auch die Deckenlampe ist jetzt auch mit dem Magic-U-Lampen, das heißt das komplette Zimmer ist jetzt Smart Home praktisch. Es gibt demnächst einfach mal eine Room-Tour, damit ihr mal seht, was sich alles in den letzten Monaten hier so verändert hat. Ist schon einiges, was sich verändert hat. Lange genug geredet, jetzt gehe ich nochmal raus und teste den Gimbal ausführlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist so ein Unterschied damit zu vloggen. Ich bin so gespannt, wenn ich mir nachher erstmal die Aufnahmen in der Nachbearbeitung anschaue. Deswegen würde ich sagen, Aufnahmen in 3, 2, 1. Ich bin so gespannt, wie es das ist. Das waren jetzt die ersten Testaufnahmen Leute. Ich bin Anfang jetzt in Hamburg. Ich hoffe, wenn ich in Hamburg bin, ist auch so geiles Wetter, weil ich will richtig viel kranken Scheiß, wie gesagt, in Hamburg produzieren. Dahin geht gerade die Sonne runter, hinterm Baum. Ich laufe jetzt wieder nach Hause und damit war es jetzt auch mal wieder mit einem weiteren Vlog. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich einfach freuen, wenn ihr diesem Video einfach einen Daumen nach oben geben könntet. Das war jetzt praktisch der erste Vlog mit dem Setup. Wir sehen uns beim weiteren Video wieder. Bis dahin, haut raus, ciao.